Verbrechen, wir werden auch bekämpfen und lassen den Pusionen freie, im Moment, über uns entstehen. Es ist noch kein Verbrechen, wir werden auch bekämpfen und lassen den Pusionen freie, im Moment, über uns entstehen. Es wird immer besser, wir werden noch gut kämpfen, und lassen wir uns doch den Freien auch für uns bestehen. Es wird immer besser, wir werden noch gut kämpfen, und lassen wir uns doch den Freien auch für uns bestehen. Es wird immer besser, wir werden noch gut kämpfen, und lassen wir uns doch den Freien auch für uns bestehen.